Lebewesen sind organisierte Einheiten, die unter anderem zu Stoffwechsel, Fortpflanzung, Reizbarkeit, Wachstum und Evolution fähig sind. Lebewesen prägen entscheidend das Bild der Erde und die Zusammensetzung der Erd-Atmosphäre. Neuere Schätzungen lassen vermuten, dass 30% der gesamten Biomasse der Erde auf unterirdisch lebende Mikroorganismen entfallen. Rezente Lebewesen stammen immer von anderen Lebewesen ab. Über die Entstehung von Lebewesen aus abiogenen Vorformen wird intensiv geforscht. Die Biologie untersucht die heute bekannten Lebewesen und ihre Evolution sowie die Grenzformen des Lebens mit naturwissenschaftlichen Methoden. Eigenschaften von Lebewesen Lebewesen kennzeichnende Merkmale findet man vereinzelt also auch bei technischen, physikalischen und chemischen Systemen. Insbesondere zeigt Feuer je nach Interpretation einen großen Teil dieser Eigenschaften. Auf alle lebenden Organismen müssen zumindest auf der Ebene der Zelle alle Kennzeichen zutreffen. Tote Organismen wiesen in ihrer Vergangenheit alle Kennzeichen auf. Latentes Leben haben Organismen, die zwar nicht alle Kennzeichen aufweisen, also toten Organismen oder unbelebten Gegenständen ähnlich sind, jederzeit aber zu lebenden Organismen werden können. Unbelebte Gegenstände zeigen zur Zeit ihrer Existenz nicht alle Kennzeichen. Drei wesentliche Eigenschaften haben sich aber herauskristallisiert, die für alle Lebewesen als Definitionskriterien gelten sollen. Stoffwechsel während zumindest einer Lebensphase, was eine Kompartimentierung durch eine Wand oder Membran bedingt, Fähigkeit zur Selbstreproduktion und die mit der Selbstreproduktion verbundene genetische Variabilität als Bedingung evolutionärer Entwicklung. Diese Einschränkung würde aber viele hypothetische Frühstadien der Entwicklung des Lebens sowie rezente Grenzformen des Lebens wie Viren, kategorisch ausschließen. Ausführlich wird dieser Aspekt im Abschnitt Lebewesen, Begriffsprobleme behandelt. Aufbau von Lebewesen Lebewesen bestehen vorwiegend aus Wasser, organischen Kohlenstoffverbindungen und häufig aus mineralischen oder mineralisch verstärkten Schalen und Gerüststrukturen. Alle Lebewesen sind aus Zellen oder Syncyzien aufgebaut. Sowohl die einzelne Zelle als auch die Gesamtheit der Zellen sind strukturiert und kompartimentiert. Das heißt, sie bilden ein komplex aufgebautes System voneinander abgegrenzter Reaktionsräume. Sie sind untereinander und zur Außenwelt hin durch Biomembranen abgetrennt. Jede Zelle enthält in ihrem Erbgut alle zum Wachstum und für die vielfältigen Lebensprozesse notwendigen Anweisungen. Im Lauf des individuellen Wachstums differenzieren sich die Zellen zu verschiedenen Organen, die jeweils bestimmte Funktionen für das Gesamtsystem. Das Individuum übernehmen Chemie der Lebewesen Neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff als Hauptelementen des Grundgerüsts der Biomoleküle kommen die Elemente Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Eisen, Magnesium, Kalium, Natrium und Kalzium in den Lebewesen vor. Ferner kommen Chlor, IOD, Kupfer, Selen, Kobalt, Molybden und einige andere Elemente zwar nur in Spuren vor, sind aber dennoch essentiell. Die weitaus häufiger als Kohlenstoff in der Erdkruste vorkommenden Elemente Silizium und Aluminium werden nicht als Bausteine des Lebens genutzt. Edegase und Elemente schwerer als COD treten nicht als funktionelle Bausteine von Lebewesen auf. Lebewesen sind vor allem durch in ihnen enthaltene reproduzierende Moleküle gekennzeichnet. Bekannt sind heute die Polynukleotide DNA und RNA aber auch andere Moleküle haben möglicherweise diese Eigenschaft. Ferner enthalten sie Eiweiße, makromolekulare Kohlenhydrate sowie komplexe Moleküle wie Lipide und Steroide. Alle diese Makromoleküle und komplexen Moleküle kommen nicht in der unbelebten Natur vor. Sie können von unbelebten Systemen nicht hergestellt werden. Kleinere Bausteine wie Aminosäuren und Nukleotide dagegen sind auch in der unbelebten Natur, zum Beispiel in interstellaren Gasen oder in Meteoriten, zu finden und können auch abiotisch entstehen. Daneben enthalten die Zellen der Lebewesen zu einem großen Teil Wasser und darin gelöste anorganische Stoffe. Alle bekannten Lebensvorgänge finden in Anwesenheit von Wasser statt. Systematik der Lebewesen Die biologische Systematik versucht eine sinnvolle Gruppierung aller Lebewesen zu erstellen. Die oberste Stufe wird dabei von den Domänen gebildet. Man unterscheidet nach molekular-biologischen Kriterien drei Domänen. Die eigentlichen Bakterien, die Archäen, früher auch Archäbakterien genannt und die Eukaryoten. Die beiden erstgenannten Domänen enthalten alle Lebewesen ohne Zellkern, die Prokaryoten genannt werden. Die letztgenannte Domäne umfasst alle Lebewesen mit Zellkern, darunter fallen alle Tiere, Pflanzen und Pilze sowie die Protisten. Dabei sind die Eukaryoten und Archäen näher miteinander verwandt. Lebewesen als Systeme Die folgenden Eigenschaften von Lebewesen kommen auch bei unbelebten Systemen der Natur und der Technik vor. Lebewesen sind in der Terminologie der Systemtheorie offen. Sie stehen in lebenslangem Energie-, Stoff- und Informationsaustausch mit der Umwelt. Komplex Leben setzt eine gewisse Komplexität in der Organisation des Systems voraus. Dynamisch Sie sind zumindest auf der biochemischen Ebene dauernd reizen und zwängen der Umwelt ausgesetzt, können aber zeitweise einen stationären Zustand einnehmen, weisen also eine Konstanz von Struktur und Leistung auf. Diese Veränderungen sind einerseits auf dem System innewohnende Bedingungen zurückzuführen, andererseits durch Umwelteinflüsse und Umweltreize. Lebewesen wirken wiederum auf ihre Umwelt verändern zurück, deterministisch. Auch wenn alle Eigenschaften der Lebewesen durch die Naturgesetze bestimmt sind, lassen sich aufgrund ihrer Komplexität vor allem für ehemalige Eigenschaften kaum mathematisch exakte Aussagen über die Vorhersagbarkeit ihrer Eigenschaften und Entwicklung und ihres Verhaltens machen. Durch die für wissenschaftliche Untersuchungen notwendige Reduktion lassen sich zwar Gesetzmäßigkeiten für einzelne Elemente ermitteln, daraus lassen sich aber nicht immer Gesetzmäßigkeiten für das Gesamtsystem ableiten. Stabil und adaptiv Lebewesen können trotz störender Einflüsse aus der Umwelt ihre Struktur und ihr inneres Milieu für längere Zeit aufrecht erhalten. Andersseits können sie sich auch in Struktur und Verhalten verändern und Umweltänderungen anpassen. Autopoietisch Lebewesen sind sich selbst replizierende Systeme, wobei einerseits die Kontinuität von Struktur und Leistung über lange Zeiträume hinweg gewährleistet ist, andererseits durch die Ungenauigkeit der Replikation Möglichkeiten zur evolutionären Anpassung an Umweltänderungen bestehen. Autark Lebewesen sind bis zu einem gewissen Grad von der Umwelt unabhängig. Die folgenden Organisationsformen von Lebewesen kommen auch bei unbelebten Systemen der Natur und der Technik vor. Als komplexe, heterogene Systeme bestehen Lebewesen aus vielen Elementen unterschiedlicher Struktur und Funktion, die durch zahlreiche, unterschiedliche Wechselwirkungen miteinander verknüpft sind. Lebewesen sind hierarchisch strukturiert. Sie bestehen aus zahlreichen unterschiedlichen Elementen, die durch zahlreiche Beziehungen miteinander verknüpft sind und selbst wieder aus zahlreichen Untereinheiten bestehen, welche selbst wieder Systeme darstellen und aus Subsystemen bestehen. Lebewesen sind auch selbst wieder Elemente von komplexen Systemen höherer Ordnung, sind also ebenfalls mit zahlreichen weiteren Systemen verknüpft. Alle Lebewesen sind Systeme mit speziellen Informationsbahnen und Informationsspeichern, wie die komplexen physikalischen Systeme der unbelebten Natur entstehen auch bei Lebewesenstrukturen durch Selbstorganisation. Darüber hinaus besitzen Lebewesen im Gegensatz zu Systemen der unbelebten Natur das genetische Programm, welches jedoch ebenfalls in ähnlicher Weise in Systemen der Technik vorkommen kann. Durch dieses Programm werden Lebensvorgänge ausgelöst, gesteuert und geregelt. Dazu gehört auch die Reproduktion dieses Programms. Dieses Programm ist teleonomisch ohne teleologisch sein zu können. Es gibt die Richtung der ontogenetischen Entwicklung und des Verhaltens der Organismen vor und grenzt sie in einem gewissen Rahmen von anderen Entwicklungsmöglichkeiten und Verhaltensweisen ab. Fehlen Teile des Programms oder weisen sie Fehlfunktionen auf? Können sich außerhalb eines Toleranzbereiches langfristig keine überlebensfähigen Organismen entwickeln? Die Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde hat einen einmaligen Verlauf. Auch wenn man die Ausgangsbedingungen wiederherstellen könnte, würde sich möglicherweise ein ähnlicher Ablauf ergeben, wie er schon einmal stattgefunden hat, aber höchst wahrscheinlich nicht exakt der gleiche. Der Grund dafür ist die Vielzahl von zufälligen Zusammentreffen von Einflussfaktoren, die seit dem Beginn des Lebens die weitere Entwicklung bestimmt haben. Diese zufälligen Einflüsse werden durch Selektions- und Anpassungsprozesse teilweise wieder ausgeglichen. Trotzdem ist eine genau identische Entwicklung unter realen Bedingungen nicht wahrscheinlich. Die Entwicklung der verschiedenen Arten von Lebewesen wird in der Evolutionstheorie behandelt. Dieser von Charles Darwin begründete Zweig der Biologie erklärt die Vielfalt der Lebensformen durch Mutation, Variation, Vererbung und Selektion. Die Evolutionstheorien haben zum Ziel, die Veränderungen von Lebensformen im Laufe der Zeit zu erklären und die Entstehung der frühesten Lebensformen nachvollziehbar zu machen. Für Letzteres gibt es eine Reihe von Konzepten und Hypothesen. Die ältesten bisher gefundenen fossilen Spuren von Lebewesen sind mikroskopisch kleine Fäden, die als Überreste von Cyanobakterien gelten. Allerdings werden diese in 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen gefundenen Ablagerungen nicht allgemein als Spuren von Leben angesehen. Da es auch rein geologische Erklärungen für diese Formationen gibt, die derzeit populärste Theorie zur Entstehung Autotrophenlebens postuliert die Entwicklung eines primitiven Metabolismus auf Eisenschwefeloberflächen unter reduzierenden Bedingungen, wie sie in der Umgebung von vulkanischen Ausdünstungen anzutreffen sind. Während der Frühphase der Evolution irdischer Lebewesen, die im geologischen Zeitraum vor zwischen 4,6 und 3,5 Milliarden Jahren stattfand, war die Erdatmosphäre wahrscheinlich reich an Gasen wie Wasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid, während die heißen Ozeane relativ hohe Konzentrationen an Ionen von Übergangsmetallen wie gelöstem Eisen oder Nickel enthielten. Ähnliche Bedingungen finden sich heute in der Umgebung von hydrothermalen Schloten, die während platten tektonischer Prozesse auf dem Meeresgrund entstanden sind. In der Umgebung solcher als schwarze Raucher bezeichneten Schlote, gedeihen thermophile Methanogenarchen auf der Grundlage der Oxidation von Wasserstoff und der Reduktion von Kohlenstoffdioxid zum Methan. Diese extremen Biotope zeigen, dass Leben unabhängig von der Sonne als Energielieferant gedeihen kann. Eine grundlegende Voraussetzung für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Leben vor dem Aufkommen der Photosynthese. Neuere Ansätze gehen davon aus, dass die Evolution nicht an der Art, sondern am Individuum und seinen Genen ansetzt. Lebewesen der Superlative Der Pando, eine Zitterpappelkolonie in Utah mit einem gemeinsamen Wurzelwerk, gilt als das älteste und mit einem Gesamtgewicht von etwa 6000 Tonnen als das schwerste bekannte Lebewesen der Erde. Pando breitet sich über 43,6 Hektar aus. Es gibt aber wahrscheinlich noch ausgedehntere Bestände klonal wachsender Pflanzen wie Schilfrohr, Heidelbeere oder Bambus. Im Malheur National Forest in Oregon wurde ein Halimash-Pilz-Exemplar entdeckt, dessen Myzel sich über rund 9 Quadratkilometern erstreckt. Dieser Pilz ist bezogen auf seine Fläche das größte Lebewesen der Erde und der bislang größte Pilz der Erde. Sein Gewicht beträgt schätzungsweise 600 Tonnen. Der General Sir Mentri in Kalifornien ein Exemplar des Riesen-Mammut-Bommes, wiegt 1950 Tonnen ist das vermutlich schwerste nicht-klonale Lebewesen der Erde. Siehe auch, Lebewesen, Begriffsprobleme, hier ist die äußerste Grenze letztlich die Zellmembran, die Pillikula, die Zellwand oder eine andere einhöhende und begrenzende Struktur. Bei höheren Organisationsstufen übernehmen Abschluss- und Deckewebe wie Epidermis, Epithelhaut oder Rinde diese Funktion. Viele Organismen geben Stoffe an die Umwelt ab und schaffen sich damit eine eigene Umwelt im Nahbereich ein Mikromilieu. Beispiel, Schleimkapsel von Pneumococcus. Hier hängt die physische Abgrenzung des Individuums von der Fragestellung ab. Der Begriff Individuum bedeutet nach seiner lateinischen Herkunft ein unteilbares. In dieser Bedeutung ist der Begriff nicht für alle Lebewesen praktikabel. Die meisten höheren Tiere kann man nicht teilen ohne sie oder den abgetrennten Teil damit zu töten. Sie sind nicht teilbar. Einen Hund als Individuum anzusprechen ist daher kein Problem. Von einem individuellen Baum kann man dagegen einen Ableger abteilen und diesen zu einem neuen Exemplar heranwachsen lassen. Damit ist der Baum nicht geteilt als Baumteil lebt er nicht weiter, sondern vermehrt. Viele Pflanzen bedienen sich dieses Verfahrens der Ausbreitung systematisch. B. Durch Ableger. Oft wachsen so ganze Rasen oder Wälder heran, die eigentlich einem einzigen zusammenhängenden Exemplar angehören. Das aber jederzeit an beliebiger Stelle geteilt werden könnte. Durch die Möglichkeit des Klonens entsteht die Fähigkeit zur Abtrennung eines neuen lebensfähigen Exemplars auch für Säugetiere. Damit wird der Begriff Individuum für die Biologie mehr oder weniger hinfällig und müsste durch ein anderes Wort ersetzt werden, das besser zutrifft. Etwa Exemplar. Bei Schleimpilzen und kolonienbildenden Einzellern lassen sich individuelle, autarke Zellen unterscheiden. Sie gehen aber zumindest zeitweise Verbindungen miteinander ein, in welcher sie ihre Individualität und Unabhängigkeit aufgeben. Also einem mehrzelligen Organismus gleichen. Aufgrund der komplexen Wechselwirkungen von Organismen mit ihrer Umwelt kann man nur eingeschränkt von Autarkie sprechen. So sind Lebewesen bezüglich der Energie nie autark. Sie sind immer auf eine externe Energiequelle angewiesen, die in der Regel letztlich durch die Sonne gegeben ist. Organismen, die als Energiequelle nur Licht oder die chemische Energie anorganischer Stoffe benötigen, also nicht auf andere Lebewesen als Energielieferanten angewiesen sind, können als energetisch autark betrachtet werden. Autotrophe Organismen sind in dem Sinne stofflich autark. Als sie aus anorganischen Stoffen körpereigene organische Stoffe herstellen und diese im Stoffwechsel wieder zu anorganischen Stoffen abbauen, so lässt sich eine photosynthetisch aktive Pflanze in einem von der Umgebungsluft abgeschlossenen Glasgefäß bei ausreichender Beleuchtung am Leben erhalten, da sich ein Gleichgewicht zwischen Photosynthese und Atmung einstellen kann. Wachstum und Vermehrung sind in diesem System allerdings nur so lange möglich wie der Vorrat an Wasser und Nährsalzen ausreicht. Heterotrophe Organismen sind in diesem Sinne nicht autark, da sie auf die von anderen Lebewesen vorgefertigten Nährstoffe angewiesen sind. Übergeordnete Systeme wie zum Beispiel eine Lebensgemeinschaft können wiederum energetische und stoffliche Autarkie erreichen, wenn bestimmte Organismengruppen in ausreichender Zahl und mit einer ausgeglichenen Vermehrungsrate vorhanden sind. So hat sich in der Tiefsee eine autarke Lebensgemeinschaft zwischen Chemoautotrophen, Bakterien, Röhren, Würmern, Krebsen und Fischen ausgebildet. Die Ökologie untersucht unter anderem, welche Mindestanforderungen eine abgeschlossene Lebensgemeinschaft erfüllen muss, um autark zu sein, das heißt einen geschlossenen Stoffkreislauf zu ermöglichen. Letztlich kann die Gesamtheit aller Lebewesen der Erde als eine autarke Lebensgemeinschaft aufgefasst werden. Alle Lebewesen sind bezüglich eines dem System innewohnenden Programms des genetischen Systems autark. Damit können sie selbst ihre Lebensvorgänge auslösen, steuern und regeln. Punkt. Diese Autarkie ist insofern vollständig, als auch die Programmierung, also die Erstellung des genetischen Quellcodes nicht von außen, durch einen Programmierer höherer Ordnung vorgenommen werden muss. Andererseits reichen die Programme nicht aus, um alle Lebensvorgänge zu determinieren. So kann sich zum Beispiel das Gehirn ohne Einfluss der Umwelt nicht fertig entwickeln. In völliger Dunkelheit würde die Sehrende nicht ihre volle Funktionsfähigkeit erlangen. Alle Lebewesen sind bezüglich Wachstum, Reparatur und Reproduktion autark. Sie stellen die für sie charakteristischen Systemelemente selbst her, gleichen mit Hilfe von Reparaturmechanismen strukturelle Störungen innerhalb gewisser Grenzen von selbst aus und sind fähig, ähnliche Kopien von sich herzustellen. Die Herstellung identischer Kopien ist prinzipiell aufgrund physikalischer und chemischer Gesetzmäßigkeiten auf keiner Systemebene möglich. Die dadurch zwangsläufige Variation führt in Zusammenwirken mit der Umwelt zur Evolution auf allen Systemebenen. Bei der Entwicklung der Systemtheorie durch Physiker, Mathematiker und Techniker gingen diese immer wieder auf Analogien in Struktur und Verhalten von Lebewesen ein. Diese Betrachtung von Lebewesen als Systeme führte dazu, dass Konzepte der Kybernetik, Informatik und der Systemtheorie Eingang in die Biologie gefunden haben, zuletzt und umfassend in der Systemtheorie der Evolution. Lebewesen sind als offene Systeme seit ihrer Existenz stets weit vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt. Sie weisen einen hohen Ordnungsgrad und damit eine niedrige Entropie auf. Diese können nur dadurch aufrechterhalten werden, dass die Erhöhung des Ordnungsgrades energetisch mit Prozessen gekoppelt wird, welche die hierfür notwendige Energie liefern. Tritt der Tod ein, stellt sich das thermodynamische Gleichgewicht ein, der hohe Ordnungsgrad kann nicht mehr aufrechterhalten werden, die Entropie wird größer, Leben kann thermodynamisch als die Rückkopplung eines offenen Systems mit seiner Umgebung verstanden werden, welches auf Kosten dieser die eigene Ordnung aufrechterhält. Diese Definition steht mit einer der möglichen Formulierungen des zwei Hauptsatzes der Thermodynamik in Einklang, nachdem die Änderung der Entropie eines Gesamtsystems null oder größer null ist. Damit die Ordnung eines Systems aufrechterhalten bleiben oder zunehmen kann, muss die Unordnung der Umgebung mindestens in gleichem Maße zunehmen, so dass die Änderung des Gesamtsystems in Summe mindestens null ist. Viren kommen einerseits als nackte Nukleinsäuren in den Wirtszellen vor andererseits außerhalb von Zellen als Virionen, die aus der Nukleinsäure und einer Proteinhülle bestehen. Die meisten Wissenschaftler zählen Viren nicht zu den Lebewesen. Wird beispielsweise eine Zellstruktur als grundlegendes Kennzeichen von Lebewesen angesehen, sind Viren nicht zu den Lebewesen zu rechnen, da sie weder Zellen sind noch aus Zellen aufgebaut sind. Zwei weitere Kriterien sind noch wichtiger. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und sie pflanzen sich nicht selbstständig fort. Ihre Vermehrung erfolgt ausschließlich durch die Biosynthese-Maschinerie der Wirtszellen, die dabei durch die Virusnukleinsäure gesteuert wird. Eine Einstufung als Grenzfall des Lebens ist jedoch naheliegend. Die Existenz der Viren könnte in der Evolution auf einen Übergang von noch nicht lebendig zu lebendig hinweisen. Allerdings könnten sich die Viren auch aus echten Lebewesen wie den Bakterien rückentwickelt haben. Mittlerweile ist es gelungen, eine Nukleinsäure mit der Sequenz des Poliovirus durch DNA-Synthese künstlich zu erzeugen. Auf die gleiche Weise hat man bereits viele weitere DNA- und RNA-Abschnitte für gentechnische Experimente erzeugt. Schleust man dann in dieser Weise erzeugte DNA-Stränge in Zellen ein, entstehen in der Folge komplette, natürliche Polioviren. Das Experiment verdeutlicht, dass die Grenze zwischen Lebewesen und Nicht-Lebewesen schwierig zu bestimmen ist. Viren sind durch Mutationen und Selektion der Evolution unterworfen. Im weiteren Sinne gilt dies aber auch für viele Nicht-Lebewesen, zum Beispiel für einzelne Gine, aber auch für Verhaltensweisen und kulturelle Errungenschaften wie Werkzeuge, Techniken und Ideen. Die Evolution der Viren ist deshalb kein hinreichender Beweis dafür, dass Viren Lebewesen seien. Siehe auch, Portal, Lebewesen-Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Lebewesen außerirdisches Leben.